herzlich willkommen zu einem neuen shop video heute hat schon gesehen dass wir wieder einen neuen skin im shop haben den werden uns jetzt auch angucken ja heute nachmittag sind auch die fortner champion series dabei werde ich definitiv mitmachen der stream dazu wird wird dann auch wahrscheinlich schon relativ früh starten ich muss auch viel vor produzieren ab morgen nachmittag wenn ich dann auch auf klassenfahrt das heißt morgens selbst mal shop video und dann gibt es wieder am freitag shop video freitagnachmittag shop video trotzdem versuche ich natürlich noch mindestens für die nächste woche challenge videos zu bringen und dann vielleicht noch ein paar highlights aus den fortner champion series ja jetzt gucken allerdings in item shop und ich würde sagen wenn euch diese videos gefallen würde ich mich natürlich über ein abo freuen noch ein aber dann haben wir die 80 abonnenten erreicht und mein ziel ist natürlich bis ende simulation der abonnenten zu erreichen ist so super schwierig aber ich würde mich natürlich riesig freuen wenn ihr mir dabei hilft und das auch gerne leichter und schreibt feedback in den kommentare wäre auf jeden fall extrem nice so wir haben die skins von gestern und eine neue lackierung und neuen skin hier haben wir den spiel ranger aus dem hightech kämpfer set gefällt mir skin ja sieht nicht schlecht aus kann man sich auf jeden fall kaufen dann habe ich hier aus dem ewige sandes hat den sandsturm charakter finde ich richtig cool auch mit in allen drei versionen finde ich den ganz cool auch nur ein blauer skin gefällt mir richtig im golden sieht es echt cool aus dem männlichen mag ich nicht ganz so gern finde ich weiblich deutlich besser ja dann haben wir noch die emblem lackierung leuchtet hier immer so ein bisschen sind aber nicht so mein lieblingsfarben allerdings das contrail ist ziemlich cool das gefällt mir auf jeden fall ja dann gucken uns noch mal skins von gestern an die überreste skins einmal habe ich hier den dem magen granaten charakter als sozusagen gegenteil vom der bürger charakter so als ja aus der schlacht kommenden charakter zwei verschiedene stile einmal dunkel einmal hell hat auch noch ein backpack sieht auf jeden fall ganz nett aus wobei ich persönlich den tomato skin mehr mag und mit dem leuchten sieht es richtig cool aus gefällt mir gefällt mir so auf jeden fall hat auch noch ein kleines backpack dann auf jeden fall ganz nice skins dann gibt es dazu noch die starke klatscher spitzhacke dann ganz nice sound sieht auch ganz nett aus fällt mir auf jeden fall und habe noch den rostigen pizzaschneider finde ich auch echt ganz cool gefällt mir kommen nun zu den zu der rechten seite sind täglichen gegenständen hier haben wir einmal team burger für 100 wie bux dann einmal team tomate ist in ordnung was sind nur 100 bux deshalb ziemlich gut klar dann haben wir signature schaffe ich finde die effekte sehen ganz cool aus und die musik ist auch ganz nice kann man sich auf jeden fall gut kaufen und dann haben wir eine neue lackierung und zwar zeitmechanismus und die sieht echt ganz nice aus 500 wie bux mit den ganzen zahnrädern sieht das auf jeden fall wirklich super so cool aus haben sie auf jeden fall gut kaufen dann habe ich hier doppeltes spiel als skin ja ist in ordnung der skin jetzt war nicht so der beste skin würde ich sagen dann haben wir noch wird drin das ist ein ganz netter skin jetzt aber auch nicht alles besonnen das ist auch nur ein grüner skin dafür geht allerdings klar gucken wir jetzt so in den rette die welt shop und gucken was wir dort für ein lama drin haben schreibt mir bitte gerne in kommentare ob ich den rette die welt shop dann vorstellen soll oder ob ich nur battle royale shop vorstellen sollen oder nur donnerstags den rette die welt shop vorstellen soll heute haben wir zu behalten lama lohnt sich auf jeden fall nicht genauso wie fossiles andere lama sonst ist nichts neues das was mit dem video und dann bis zum nächsten video ciao